Ich bin Silvia, arbeite bei MLB als Maschinenanlageführerin und zeige euch mal meinen Arbeitsplatz. Ich habe jahrelang als Bedienung gearbeitet, Vollzeit, als BZ-Bedienung und habe mir dann irgendwann mal gedacht, das kann ich nicht bis zu meiner Rente machen, dann bin ich kaputt und habe mich dann hier bei MLB als Werkstattproduktionshelferin beworben. Und die haben mich dann zurückgerufen, da hat es dann so eine Erwachsenenausbildung gegeben als Maschinenanlageführerin. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, habe ich gesagt, aber ich probiere es jetzt. Und habe eben dann im Juni 2018 die Prüfung abgelegt von der IHK und seitdem bin ich bei der MLB. Ich mache hier bei MLB Maschinenvorbereitung für die Drehreihe, also ich säge Wellen zu, ich arbeite auch für die IBB. Ich mache hier ganz viele Sachen. Mein Job ist abwechslungsreich. Also ich finde meinen Job gut. Ich freue mich nicht.